Gut, 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 her, mein Ariel, komm, hast du, mein Geist, den Sturm genau gemacht, wie ich's dir aufdrucke? Gebt mir eins zu, Ferdinand ist ertrunken, ja, dann sagt mir, der Erbner in Neapel, ich wollte lieber Kreuz und Sehnen brechen, als dass ihr solche Unehre erlittet und ich seh's faul dabei. Geh, geh, du und meine Mutter mit Rabenfädern! Wie bist du davon gekommen? Wie kommst du her? Schwör bei dieser Flasche, wie du herkommst. Wie bist du denn davon gekommen? Ich bin auf einem Fass rum davon gekommen, dass die Matrosen über Bord geworfen haben. Nein, ja, schau! Ah! 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 Vielen Dank.